Hey, es haben sich schon mal drei Leute angefunden, die auch schon bereit sind. Ja, es hat eine Weile gedauert, aber wir haben es geschafft. Cooler Look, man. Okay, die werden sowieso gebunden. Marode Dachschinger und meiner, okay. Marode Dach erhöht deutlich die Chance, weiß ich nicht, irgendwo hinzukommen. Die werden sowieso alle entkommen. Ich habe noch, ich glaube, habe ich den schon mal gespielt, den Hinterwälder? Ich glaube nicht. Doch, habe ich es schon mal. Nee, habe ich nicht. Oder habe ich doch? Weiß ich jetzt gar nicht. Ist doch egal. Ich kann auf jeden Fall nicht damit umgehen. Schleichen muss ich ja nicht als Killer. Eigentlich liegt mir eher so der Geist, glaube ich, weil ich immer ganz gerne unsichtbar hinter den Leuten herrenne. Einfach nur so, just for fun. Aber ist egal, komm. Das sieht ja cool aus mit den Augen. Blut. Hallo, 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 hallo. Okay. So, ihr wisst schon gleich, wer es ist. Oh. Shame Recht hat ein Disconnect. Das ist natürlich mies, ne? Weil jetzt müssen die anderen fünf Dinger schaffen. Hey, Klettenseegsprint. Das ist ganz lustig sogar. Das ist mies. Ich meine, gut ist es für mich. Mies ist es für die anderen, weil... Oh, hast du Glück gehabt. Mann, hast du Glück gehabt. Nach oben? Dein Ernst? Warte. Warte, warte, warte. Schade. Ich dachte, ich dachte, ich dachte. Das hätte ja sein können. Okay. Sorry. Not so bad. Oh, hi. Oh, schade. Okay. Ich will mich jetzt mit der auch nicht aufhalten. Oder mit dem nicht aufhalten. Ich will jetzt einfach mal... Okay. Ja, ja, ist schon gut. Ich komme ja schon. Okay. 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 Oh, wow. Mit einem Mal durchgesägt. Nicht schlecht. Aber jetzt habe ich sie verloren. Shit. Okay. Das ist witzig. Also, so zu spielen. So interesting. Very interesting. Hmm. Es tut mir leid für dich, aber... Ja, komm, die Paletten will ich nicht. Ich würde nicht gestoppt werden. Ungern. Und tschüss. Sieht wohl schlecht aus für dich, Raiden. Ah, ist aber auch doof. Ich will nicht immer die ganze Zeit an einem her sein, weil die anderen da in Ruhe was fertig machen können. Das ist natürlich scheiße, ne? Ich will mal die Renntaste benutzen. Ach komm, leck mich. Ich will das nicht. Hast du die runtergemacht? Gut. Und dann hinfort. Ja, es tut mir leid, aber ich kann nicht sowas von gut hören. Deutlichst hören. Entschuldigung, ich habe mich gebückt und gebeugt, ey. Habe ich hier einen Haken für dich? Komm, dann sind die anderen auch ein bisschen abgelenkt. Okay, was ist das für ein Perk? Okay, dann bist du jetzt uninteressant für mich geworden. Was ist das denn für eine Möglichkeit, sich sofort freizubiggeln? Hast du hier auch so ein Teil, so ein Perk? Sich so irgendwie so voll freizubiggeln sofort? Das würde mich ja mal interessieren. Hallo? Space. Hallo? Ich kann Space nicht drücken. Doch, ja, danke. Mann, wie mies ist das denn gewesen? Okay, Generatoren, die noch nicht gemacht wurden. Das ist der eine hier. Ich weiß, man dürfte ja theoretisch, was das Spiel ja auch hergibt, campen, aber das finde ich doof. Raiden ist Genülen. Warte mal. Ne, okay. Achso, okay. Raiden muss kämpfen. Ach, scheiße, okay. Okay, ich muss noch üben. Es tut mir leid, aber ich stehe als Killer alleine da. Und gleich hier umhaken. Okay. Ähm. Ah! Oh, shit, verloren. Ich habe nicht so das Blickfeld dafür. Glück gehabt. Echt Glück gehabt. Ich habe leider nicht so das Blickfeld dafür. Also, ich bin doch nicht so ein geeigneter Killer. Ah, hi. Ja, schon klar. Ah! Okay, die Barrikaden. Ich habe mich auch voll dafür, die Erse kaputt zu machen. Oh, hi. Sorry. Not so bad. Es tut mir leid. Okay, ist hier ein Haken? Oh, hier ist die Luke. Ich glaube es nicht. Echt erwischt. Ich kriege... Ich kriege... Ich kriege... Wow. Okay, so weit es geht, weg von der Luke. Im Ernst? Jetzt ist nur die Frage, ob Not so bad zur Luke kommt, ne? Wieso genesen? Äh. Hä? Ach, geflohen wahrscheinlich, ne? Okay. Das war die Luke. Oder? Nee, war es nicht. Was war das denn in dem Geräusch? Äh, das verstehe ich jetzt aber nicht. Wie konnte... Ach so... Okay. Okay. Naja. Was soll's. Komm, so schlecht war ich jetzt nicht. Natürlich wird Not so bad jetzt entkommen. Weil ich... Ich kann ja nicht beide Ausgänge im Blick haben. Und die Luke hat Not so bad anscheinend noch nicht gesehen. Also wird er jetzt zum anderen Ausgang rennen. Ja. Raiden ist weg. Not so bad. Wo bist du... Äh, ja genau, meine ich ja, Raiden. Wo ist Not so bad denn jetzt? Die Luke ist auf. Shit. Jetzt höre ich aber auch nichts. Ich höre jetzt nicht... Wo habe ich die denn hingeschmissen? Shit. Ah, okay. Aber ich hab... Knall hatten sie. Okay. Lol. Okay. Aber gut gespielt. Okay. What soll's? Ja, ja, Raiden. Alles klar. Good game. Ähm. Quorm. Thanks for not hatch camping. That was so tense and fun. You're welcome. Okay, gut. Dann, ähm... Ja, gut. So schlimm war es nicht. Okay. Ich hab' mir gebraucht. Komm, dafür kriegst du jetzt aber auch einen kleinen Level, ne? Mein Kleiner. Hast du fein gemacht. So, ähm... Blecken. Das ist eine Opfergabe. Muss ich ja machen, ne? Geschwindigkeitsreduzierer. Kettensäger erzeugt nicht automatisch Todesstatus. Erhaltung. 50 drin und... Hä? Okay. Na gut. So, mein Kleiner. Dann bist du doch jetzt auf Level 2, ne? Yay! Kettensägen-Schleifer. Trübesreher, ganz klar. Schlampiger Schlachter. Mathe ist ja ganz... Ich würde gerne mal in die Geheimküste gucken. Eine unbekannte Belohnung. Okay. Spiel ich noch ne Runde? Das war schon ganz witzig. Was für eine Belohnung hat das denn jetzt enthalten? Geschwindigkeit. So durch die eine mechanische Früchelung wird die Kraftschattlänge festgelegt, die von kleinen Motoren zwingt und... Nicht Todesstatus. Hat man doch sowieso nicht mit dem, oder? Aufladezeit der Kettensäge. Das habe ich auch, ne? Ne, habe ich nicht. Oh. Dann können wir beides nehmen. Sehr schön. Ich versuche es mal mit mehr Blutpunkten. Und dann... Spiel ich noch ne Runde? Ja, dann sage ich bis hierhin aber erstmal. Vielen Dank, für's Zuschauen. Alles Liebe, wünscht euch Lissi.